Trinke ich ihm nix? Ohohoho, mich hat's direkt pulverisiert. Ja, klaut er mir dann nach weg. Und? Und? Johooo! So, jetzt wollen wir schnell was trinken. Hat er mir vorgelegt. Ja. Wenn ich selbst nicht besser machen könnte. Oh, der sieht richtig gut aus. Und? Und? Joho. Ähm. Was ist denn hier los? Ich leh mich dann mal zurück. Du machst das da vorne. Ich merk das schon, was ist denn hier los? Ohohoho, hat's mich hier grade weggehauen. Da kommt er. Er möge dein sein. Ohoho. Okay. 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 Nein! Where is the ball? Oh son. Ja, shoot him! Genau. Und jetzt schmeiß ich ihn mir rein. Perfekt. Achtung. Kommt gut, der kommt gut. Ohhhh. Der hätt halt noch weiter oben sein müssen. Hätt sich noch mal kurz anschlupsen sollen. Einmal noch. Ohhhh. Und jetzt. Ohhhh. Ohhhh. Der hat da haut da hin. Na gut. Versuch was. Au. Da wollt er mich aber mal reinhämmern in die Wand, sagt er. Ja. Nein, nicht da lang. Andere Richtung. Shit. Ah, und dich treff ich natürlich, ne? Das ist der Wahnsinn. Boah, ich war grad so unsicher, wo das Tor ist. Du weißt nicht, wo das Tor ist? Ja, wenn man da so mit... Kommt in der Mitte? Ohhhh. Bin in der Mitte. Bin in der Mitte. Bin in der Mitte. Oh nein! So ein schönes Ding. Ohhhh. Also Pässe... Oh nein. Nein! Pässe dürfen einfach nicht zu scharf sein. Weil dann krieg ich die nicht. Wenn ich nicht warte. Beziehungsweise ich hab ja grad woanders hingeguckt. Na guck mal, die hatten sich beide fast gegenseitig... ...den Ball weg genietelt. Okay. Kommt zu dir. Oh. Okay. Kommt zu mir. Ich dachte ich springe über dich rüber. Achtung. Ball in gleich. Ball kommt. Dein Ding. Jawoll. Jawoll. Ja das sind halt die besten Pässe. Ich versuch's so wirklich immer in der Höhe zu machen, damit jemand die rausfischen kann. Weil wenn sie runden kommen ist halt scheiße. Aber der war auch schon wieder zu tief. Viel zu tief. Aber direkt vor deiner Nase. Ich bleib hinten. Ja. Ja ich flieg noch ein bisschen. Boah. Habe ich ihn? Habe ich ihn gehalten? Oh nö. An seiner Wand fahren, dann muss ich noch üben. Wo ist er? Boah, knapp. Ah. Ah. Achtung. Halt dich bereit. Ball kommt. Ah. Weit links erwischt. Äh rechts. Ah. Und weg das Ding. Oh der geht ins Tor oder? Oh nein. Schade. Aber der war so gut. Also ich putz hier alles weg, was ich wegputzen kann. Ball kommt. Ball kommt immer noch. Oh oh. Da wollte ich mich so zum Fallrückzieher bereitstellen. Warte. Ball kommt. Okay ich mach ihn selber. Okay ich mach ihn nicht selber. Mach du ihn. Oh nein. Achja. Wir absprachen. Oh. Und wieder zurück? Nö nö. Weg das Ding. Ah. Loll. Die setzen sich das Ding selber wieder vor's Tor. Oh. Damit hab ich nicht gerechnet. Okay. Damit auch nicht. Oh nein. Wieder vorbei. Ich hasse mich. Oh. Oh nein. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Oh nein. Oh. Oh Mann. Hey. Mann. Sag mir wo er ist. Verdammt. Wenn ich frag wo ist er. Und sag nicht Ö. Mit Ö kann ich nicht arbeiten. Ich dachte erst bei denen am Tor. Boah hab ich gesehen, vielleicht ist auch mal Elite Dangerous gespielt. Jawoll. Ich. Krasses Ding. Voll an mir vorbeigeflogen. Hätte ich ihn auch reingekriegt? Ne, ich hatte ihn nicht erwischt. Doch, ich hatte ihn erwischt. Sehr gut. So, jetzt sollen wir so mal in 6 Sekunden noch ein Tor machen. Also 2. Erster Ballkontakt. Alter.